Oh mein Gott, ich liebe das, dass er schnell wegpacken kann. Das hilft mir so oft den Arsch. Drones ready, Ace-1 ready. Boah. Lass die Drohne mal in dir. Nein, ich bin gerannt. Ja, Hibana. Ja, schön. Ich glaube, die will in A rein. Ja, die drohend A. Die geht jetzt in A. Ich probiere den Wallbang. Wenn es nicht geht, habe ich gelitten. Dann muss ich hoch. Einer steht vor der Garage. Zwei. Einer ist drin im Workshop oder wie das heißt, Nico? Direkt unter mir. Zwei. Zwei direkt unter mir. Am Fenster irgendwo. Ja. Und der andere ist auch links. Ohhhh. Kobi. Ohhhh. Drakon. Hier ist einer. One ping. Nico hol ihn dir. Och. Oh, wow. Oh, wow. Was? Ja, aber hier hat der auch zugemacht. Als ob die das schon aufmachen. Warte, ich hab'n Plan. Noch einer links. Oh, hinten durch. Den hat der... Okay. Okay, das war Plan. Das war mein Plan. Das war mein Plan. Oh, wow. Gut, dass das Ding jetzt schneller weg geht. Für die von euch, die es vielleicht nicht wussten. Also, Pulse kann jetzt seinen Sensor schneller wieder wegpacken. Und ich hab' immer so ein Side-by-Side-Comparison gemacht. Rechts ist halt auf den Live-Servern und links ist das neue auf den Test-Servern. Und man sieht einfach, wie viel schneller er den Herzschlag-Sensor wegpacken kann. Und das hat mir so oft den Arsch einfach gerettet. Und ich fand das mega geil. Leider haben sie das ein bisschen wieder, ähm, in einem neuen Update wieder langsamer gemacht. Das sieht man hier. Also, es ist immer noch schneller als auf den Live-Servern. Aber nicht mehr allzu schnell wie vorher. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Aber es gibt mir auf jeden Fall einen Grund, öfter mal wieder Pulse zu spielen. Ja. Schon drin? Alter! Keine Ahnung, Mann. Ja, andersrum, Ziggy. Wir sind beide in A. Breaching Shard rechts. Stark. Oh mein Gott, ich muss noch defusen. Ich mach schon... Die Breaching hab ich aber echt nicht gehört. Ja, ich bin halt einfach zu heftig. Oh mein Gott. Guck dir das mal an, Alter. Guck, wie schnell ich das wegpacke. Hm. Bam. Boah Junge. Ach du Scheiße. Ich wollte eigentlich auch noch Rückspiegel aufrücken mit deiner Mom. Ach schon. Aber das wär zu einfach gewesen. Ja. Die Füße bei mir. Zu dir. Ja, die ist direkt vor... Chill, chill, chill. Ja. Über mir kommt einer. Über dir? Nö. Oh, sorry. Como que, sorry? Tu puta madre, sorry. Nein! Ich hab die Füße aufgedrückt. Oh mein Gott. Kobe! Nate! Achso, das ist gar nicht dick wo. Oh, 1 zu 4, Digga. Hab ich leider schon benutzt. Warte, warte. Ich flanke, ich flanke, ich flanke. Aber halt die da. Sag mir, ob die noch sind. Das ist Clash, das ist Clash. Sag mir, ob die da noch sind. Ja, zu 4 kommt sie dir jetzt. Grand. Ich weiß nicht, wo Wack ist. Ich werd gejackletrackt. Ich bin gefickt. Ach, schuss nicht. Am Ende muss mal. Mhm. Ja, wann wollen wir denn skribbeln? Oh. 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 Jetzt kommt einer. Ich hab's doch mal liegen. Fuck, bist du hinter dir, Junge? Fuck. Op 4, located a bomb. Protected. defuser. You need to destroy it. Was? Oh, Junge. Diese Insta-Tode, Mann. Oh, ja. Ja. Genau. Hat er mich gerochen, Alter. Das war der größte Bullshit seit langem. Oh Gott, war das dumm, Alter. Folz hat kurz gefurzt, Alter. Easy Guys. Kann wir gewinnen? Nein. Ach, ihr spielt zusammen? Bewusst du nicht? Junge, als ob Marvin jemals in seinem scheiß Leben gesolo queued hat. Soll Marvin nichts gegen dein Leben. Hey, Inas. Inas. Oh, ich hab noch Kirschen. Oh. Was hast du mit der Kirsche gemacht? Ich verschluckt. Die ganze Kirsche. 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 Gönn dir, Junge. Wie ist die Kirsche? Wie ist die Kirsche? Er lässt nichts dran. Hast du die stille Micke mitgelutscht, oder? Der Glash kommt reingelaufen. Face, Face Glass auch dabei. Fucking Glass kommt angerafft. Was? Die hat nicht ge... Das hat nicht gekillt? Was? Das ist ja richtig scheiße. Was? Aus der Range. Voller Treffer. Und sie killt sich um die Wände. Ach du Scheiße. Was? What the fuck? Das... Hätte der mich gewonetappt, ne? Das wär ne Leiche, ey. Nice. Unge. Keiner ist oben drin, Marvin. Der Puls, oben. Upstairs. Er liegt da Marvin, er liegt da. Oh mein Gott. Hast du das gesehen? Digga. Ja, schön. Ich geh in den rechts. Bist du an meiner Seite? Ja. Und das ist der geile Sound in Rainbow Six. Das war halt wirklich gut. Was? Warum zocke ich dieses Spiel mit einem Headset? Ich check es nicht. Ich hab den ganz safe rechts gehört. Ja, ich auch. Welcome to Rainbow Six Siege. Dass ich nicht hören kann, ob einer über mir oder unter mir ist. Verkraft dich. Aber links und rechts, Alter? Nö, nö, nö. Nico, bist du schon unten drin? Ja, selber. Hast du den Legion gesehen? Ja, der ist in Blue hochgelaufen eben. Der ist Blue, 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 Blue. Aufping, aufping. Geht runter, geht runter. Pusht ihn, pusht ihn, pusht ihn, pusht ihn, pusht ihn, pusht ihn. Ah, ich muss rausziehen. Seid ihr schon in A, oder was? Ja, ne? Wir sind... Ah! Den lässt sie mir nicht rennen. Oh, shit. Was mach ich hier? Digga, wo bin ich? Oh, meine Brot. Plente doch. Oh, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Ich plant die Jungs. Oh, ich bin full. Fuck, ich hab mich selbst geflashed. Was machen wir? Oh mein Gott, wo bin ich? Ich bin tot. Oh, ich bin tot. Hinten, wo es Geld gibt, da. Wo es Geld gibt. Voll das Chaos, Alter. Ach, du bist Blue, okay. Julian, bist du tot? Ja. Kannst du die Clam hier gucken? Nein. Junge, ich weiß nicht, wo ich hinkucken soll. Ah! No, ja, natürlich kommen die beide aus der gleichen Richtung, okay. Überhaupt, Ping, ihr müsst... Nice. Das perfekte Beispiel, dafür wir unsere Runden immer ablaufen. Digga, ich jump runter auf einmal als Televira. Ich war so erstaunt, dass ich full flasht einfach noch gerade gelaufen bin auf der Map. Ich so, boah. Ich war einfach full flasht. Boah. Ich renne nicht gegen die Wand, Alter, chill dich. Ich war jeden Tag bei Cheining und Gleichgewicht. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020